Der Küchenherde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Wir sind wieder allein, 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 aber das macht nichts. Bisher haben wir auch immer alleine coole Folgen unter uns hinbekommen. Und genau so machen wir das heute. Wir machen wieder eine richtig coole Folge. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, wir sind hier direkt im Thema, ohne großes Info, ohne große Einleitung. Und an dieser Stelle nochmal Dankeschön, lieber Jürgen. Jürgen war vor kurzem bei mir im Podcast und hat die digitale Speisekarte Wizzit vorgestellt. Also wer da mal reinhören möchte, vor zwei oder drei Wochen ist es gewesen. Ja, und Jürgen gab mir das Feedback, also wirklich absolut wertschätzend, dass es manchmal schon recht lange dauert, bis die eigentliche Folge tatsächlich auch anfängt. Ja, und er hat damit absolut recht. Ich habe geschaut, ich habe das ein bisschen recherchiert und in der einen oder anderen Folge dauert es wirklich knapp drei Minuten, bis der eigentliche Inhalt anfängt. Das muss nicht sein und deswegen legen wir jetzt direkt los, ohne großes Intro. Ja, was sagt ihr dazu? Was haltet ihr davon? Gebt mir gerne mal Feedback dazu. Heute geht es um das Thema Digitalisierung und nicht nur darum, wie toll das ist und was man alles damit machen kann und wie viel Zeit und Geld man sparen kann, sondern wie wir das am besten in unserem Betrieb umsetzen. Ich möchte gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, einen digitalen Fahrplan, kann man so sagen, mit euch und für euren Betrieb erstellen. Genau. Ja, bisher hatte ich ja immer ganz, ganz tolle Interviewpartner zum Thema Digitalisierung im Küchenherr-Podcast zu Gast. Aber zu diesem Thema habe ich ja auch ein wenig auf dem Kasten und deswegen denke ich, kann man ja auch mal so miteinander sprechen. Ja, und zu dieser Folge hat mich Carolin Genburg inspiriert. Carolin unterstützt Gründer und Gründerin, auch fokussiert auf Quereinsteiger, in der Gastronomie Fuß zu fassen und mit ihr zusammen, ja, die ein oder andere Abkürzung zu gehen, um erfolgreich zu gründen. Carolin, du hast eine echt coole Website. Chapeau, Hut ab, gefällt mir echt gut. Und für jeden von euch, der gerade vielleicht aktuell nicht gründet, Carolin hat auf ihrer Seite einen Blog zu Themen wie zum Beispiel Trends in der Gastro oder habe ich überhaupt das Zeug zum Gastronomen oder was sind so unsere Stärken und was sind so unsere Schwächen. Carolin hat diesen Blog schön aufbereitet, schöne Blogbeiträge, die Spaß machen zu lesen. Mehrwert und Infos auch für Gastgeber und auch Nichtgründer. Den Link zu Carolin findet ihr in den Shownotes. Ja, durch Carolin habe ich mich dazu entschieden, eine kleine Serie zu starten. Eine Serie von kurzen Folgen zum Thema Digitalisierung. Die Serie, die heißt Digitalisierung clever umgesetzt und das sollen wirklich kurzweilige Folgen sein, so in der Länge von 20 Minuten. Und in jeder Folge gibt es, und das immer bezogen auf die eigentliche Umsetzung im Betrieb, einen Kernmehrwert. Also mindestens ein Key Takeaway, welches du am besten, im besten Fall direkt im nächsten Tag im Betrieb umsetzen kannst. Also die Folgen werden nicht regelmäßig veröffentlicht, weil das Interviewformat weiterhin so beibehalten werden soll. Also am besten direkt auf den Abonnieren-Button klicken, damit du keine Folge mehr verpasst. Heute geht es ganz entspannt los mit, was ist eigentlich dieses Digitalisierung? Und was kannst du in deinem Betrieb überhaupt alles digitalisieren? Zum Ende der Folge bekommst du von mir deine erste Hausaufgabe zum Umsetzen. Ja, was ist Digitalisierung überhaupt? Diese Frage, die klingt eigentlich ganz, ganz einfach, aber frag dich doch einmal selbst. Was ist für dich Digitalisierung? Ich glaube, diese Frage ist, wenn man sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, gar nicht so einfach zu beantworten, oder? Und vermutlich, die Erfahrung habe ich gemacht, kommt bei jedem etwas anderes als Antwort. Weil für uns alle ist Digitalisierung etwas unterschiedlich definiert. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, ich finde das völlig in Ordnung. Daher will ich jetzt gleich auch nicht erzählen, was irgendwo richtig ist und wie es richtig definiert wäre, sondern wie ich es für mich definiere. Und was ich aus meiner Erfahrung, ja, wie ich aus meiner Erfahrung Digitalisierung definieren würde. Für mich ist Digitalisierung in drei Teilschritte unterteilt. Und zwar, Teilschritt Nummer 1, analoge Prozesse umwandeln in digitale Formate. Was sind analoge Prozesse? Analoge Prozesse kommen aus zum Beispiel der Registrierkasse. Der alten Registrierkasse, wo oben noch der Bon rauskommt, das ist ein analoger Prozess. Und diesen analogen Prozess umwandeln in digitale Formate. Wie zum Beispiel ein digitales Kassensystem, eine digitale Kasse oder als Endgerät vielleicht das Smartphone oder das Tablet, was man dann auch nutzt, ja. Das ist Umwandeln von analog in digital. Das Endgerät ist da völlig egal. Wichtig ist, dass Daten erzeugt und gespeichert werden. Bei der Registrierkasse ist es ja dann meistens so, da endet der Prozess mit dem Bon. Da stehen die Daten, die erzeugt werden auf dem Bon, gehen aber verloren und werden meistens nicht in der Kasse gespeichert. Mit dem Zettel, den wir dem Kunden geben, ist alles weg. Cut. Bei digital, ja, bei digitalen Systemen oder digitalen Formaten werden die Umsätze, die Artikel, wie viel ich verkauft habe, vielleicht der Wareneinsatz, die werden in dem System gespeichert. In dem digitalen System. Ob es jetzt in der Cloud ist, auf einem USB-Stick oder, 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 ist vollkommen egal. Das ist für mich der erste Step. Analoge Prozesse umwandeln in digitale Formate und dann die Daten auch speichern. Der zweite Teilschritt ist dann für mich, dass man verschiedene Systeme miteinander verknüpft. Wir bleiben einfach mal bei unserer Kasse, die Daten erzeugt hat, wie zum Beispiel Umsätze, Artikelverkauf, Wareneinsätze, dass man per Schnittstelle diese Daten transferiert in ein anderes System. Nehmen wir mal ein Controlling-System, weil dort sind diese Daten auch wichtig. Und wir arbeiten dort mit den gleichen Daten, die in einem anderen System erzeugt wurden, arbeiten wir weiter. Das heißt, wir haben keine Übertragungsfehler und, und, und. Es könnte auch sein, dass, wir nehmen mal das Beispiel Kasse wieder, was gekoppelt ist per Schnittstelle mit dem Reservierungssystem. Oder Kasse mit einem CRM-System. Also, Teilschritt 2 für mich, dass diese Daten ausgetauscht werden per Schnittstelle mit anderen Systemen. Dass die gleichen Daten genutzt werden. Ja, und der dritte Teilschritt ist für mich, also eigentlich ein ganz simpler Teilschritt, letzter Teilschritt, ist für mich, dass man die gleichen Daten in mehreren Systemen nutzt, na klar, austauscht, so wie im zweiten Step schon gesagt, und dann auswerten und lesen kann. Dass man die Daten, die dann erzeugt werden, auch lesbar macht und anhand der Daten, die man dann lesen kann, clevere unternehmerische Entscheidungen treffen kann. Das ist für mich der dritte Teilschritt oder Teilstep zur Definition von Digitalisierung. Also, das ist für mich Digitalisierung. Ja, und jetzt zur zweiten Masterfrage des heutigen Tages. Was kann ich in meinem Betrieb alles digitalisieren? Das ist eine Frage, die sollte man sich wirklich relativ früh stellen. Wirklich zu Anfang des Digitalisierungsprozesses. Denn so bekommst du eine Übersicht über die Dinge in deinem Betrieb, die überhaupt möglich sind, zu digitalisieren. Ja, und um das ein wenig anschaulicher zu gestalten, habe ich den sogenannten Digital Circle entworfen. Den Digital Circle, das ist einfach nur ein Kreis. Also, das ist jetzt nichts Großartiges. Das ist eigentlich tatsächlich nur ein Kreis. Wenn du dir das nicht vorstellen willst, wenn du jetzt nicht gerade unterwegs bist, dann hast du auch die Möglichkeit, in den Shownotes zu schauen und dort einmal zu klicken. Ich habe nämlich dort eine PDF-Datei hochgeladen mit diesem Digital Circle und mit den verschiedenen Einflussfaktoren. Da komme ich aber jetzt drauf zu sprechen. Also, es ist einfach nur ein Kreis. Du stellst dir jetzt einfach einen Kreis vor und dieser Kreis ist dein Betrieb. Und diesen Kreis, den unterteilst du wie so ein Kuchen in acht unterschiedliche Stücke. Und diese acht Stücke, das sind die jeweiligen Einflussfaktoren, die auf deinen Betrieb wirken. Bei dem einen oder anderen sind es vielleicht neun oder zehn Einflussfaktoren oder vielleicht nur sieben oder sechs. Aber grundsätzlich, die großen, die Big Five sagt man ja immer, das sind die Big Eight Einflussfaktoren, die auf einen Betrieb wirken. Und diese Einflussfaktoren, die erzeugen Prozesse, analoge Prozesse oder digitale Prozesse. Und diese Einflussfaktoren, die möchte ich dir jetzt einfach mal kurz nennen. Zum einen ist da der Kandidat, der Kandidat, der sich bei dir bewirbt, das erzeugt Prozesse. Dann haben wir den Einflussfaktor Bank, der erzeugt auch Prozesse, bezahlen und so weiter. Dann haben wir den Einflussfaktor Geschäftsführer oder Geldgeber oder Betriebsleiter, Restaurantleiter, wie man es auch nennen möchte. Dann haben wir den Einflussfaktor Finanzamt oder Steuerberater, ja, alles, was so mit dem Monatsabschluss zusammenhängt oder mit Steuern. Dann haben wir den Einflussfaktor Lieferant oder Lieferanten, die erzeugen auch eine ganze Menge Prozesse. Und dann haben wir natürlich einer der wichtigsten Einflussfaktoren, wobei am wichtigsten kann man gar nicht sagen, weil alle sind irgendwie wichtig. Aber der nächste Einflussfaktor wäre der Gast oder die Gäste. Und dann, last but not least, der Einflussfaktor Mitarbeiter. Und ganz nebenbei bemerkt, der Mitarbeiter insgesamt, der erzeugt wesentlich mehr Prozesse, egal ob analog oder digital, als alle anderen zusammen. Ja, also ich fasse die nochmal einmal kurz, ganz, ganz schnell zusammen. Der Kandidat, die Bank, der Geschäftsführer oder Geldgeber oder Betriebsleiter, das Finanzamt, Steuerberater, der Lieferant oder die Lieferanten, unsere Gäste und unsere Mitarbeiter. Und das sind unsere Einflussfaktoren, die auf unseren Betrieb wirken. Und diese ganzen Einflussfaktoren, wie schon gesagt, die erzeugen Prozesse, die wir jetzt gerade aktuell entweder analog oder schon digital darstellen. Also wie beim Kandidaten, da gibt es jetzt Bewerbermanagementsysteme, wo man diesen ganzen Prozess digital darstellen kann. Dann gibt es für den Geschäftsführer oder Geldgeber gibt es Controlling-Tools, um später die BWA, das Betriebsergebnis am Ende des Monats, alles was unterm Strich steht, darzustellen. Mittlerweile gibt es auch Tools, dass man eine Echtzeit-BWA, dass man wirklich in Echtzeit sehen kann, wie sieht gerade mein Betriebsergebnis aus. Dann Finanzamt, Buchhalter oder Steuerberater, dass man den Monatsabschluss nicht am Monatsende in mühsamer Kleinarbeit fertig macht, sondern dass man einfach per App als ein Beispiel die Rechnung fotografiert und dass die dann per Schnittstelle direkt zum Steuerberater gespielt wird oder dass man eine Schnittstelle von der Kasse direkt zum Steuerberater hat. Solche Sachen. Oder beim Lieferanten, Warenmanagement, dass man dieses ganze Warenwirtschaftssystem über eine Plattform abgedeckt hat. Dass man nicht eben wo ganz viele kleingliedrige Prozesse hat von Bestellen, von Rezepte schreiben, Speisekarte, dass man da nicht unterschiedliche Dinge nutzt, sondern ein Warenwirtschaftssystem. Dann beim Gast, der Gast, der bezahlt, der Gast, der schaut sich die Speisekarte an, der Gast, der registriert sich, der Gast, der gibt eine Bestellung auf. Das sind alles Prozesse, die ich entweder analog oder digital darstellen kann. Beim Mitarbeiter, wie schon gesagt, da tummeln sich die meisten Prozesse, die wir abbilden können, entweder analog oder digital. Da ist der Dienstplan, den wir entweder per Excel schreiben, wobei Excel ist natürlich auch eine Form der Digitalisierung. Ich schreibe es nicht mehr per Hand, sondern ich habe es schon in der Excel-Tabelle. Aber es gibt mittlerweile auch Dienstpläne, die schreiben die Dienstpläne selber und das nach einem Algorithmus. Und der Algorithmus, der ist irgendwo gekoppelt an der Wettervorhersage und an den Events, die in Zukunft laufen werden. Ja, da gibt es schon ganz, ganz clevere Lösungen und wichtig ist für uns aber jetzt wirklich zu wissen, diese acht Einflussfaktoren, die erzeugen Prozesse, die entweder, ich wiederhole es einfach nochmal, die entweder analog oder digital abgebildet werden können. Und du, überlege dir gut, welche Prozesse, digital abgebildet, gut zu dir, deinen Mitarbeitern, deinen Gästen und deinem Betrieb passen oder passt. Und übrigens, bespricht das ruhig mal im Team. Das ist definitiv ein Team-Thema und ich habe die Erfahrung gemacht, die besten Ideen und die besten Vorschläge kommen wirklich aus dem Team. Das war ein ganz, ganz sanfter Einstieg in die digitale Sonderserie Digitalisierung clever umgesetzt. Danke, Carolin, für diese tolle Idee. Ja, jetzt bekommst du noch eine Aufgabe, die du bis zum nächsten Mal erledigen darfst. Nimm dir einen Zettel und einen Stift, nimm dir dein Tablet oder setz dich an den Rechner, vielleicht auch mit einem leckeren Kaffee. Male einen Kreis, den Digital Circle und unterteile ihn in acht Teile. Die Teile stellen dann die jeweiligen Einflussfaktoren dar. Und jetzt schreibst du nur bezogen auf deinen Betrieb, also denk wirklich nur an deinen Betrieb, die analogen Prozesse in die jeweiligen Bereiche der Einflussfaktoren. Ein kleines Beispiel, beim Gast sind es Bestellen, Bezahlen und vielleicht die Speisekarte oder die Gästeregistrierung. Das sind die Prozesse, die bei dir vielleicht gerade noch analog abgebildet werden und diese drei, vier Sachen, die trägst du dort ein. Und es geht auch hier wirklich nur darum, ein Bewusstsein zu bekommen für die Dinge, die wir tun und wie wir sie tun. Manchmal hilft es einfach, sie zu verbildlichen und den eigenen Digital Circle zu erstellen, geht eigentlich wirklich ruckzuck. Und wie schon gesagt, du kannst den Digital Circle, wenn man dieses Wort Digital Circle zu oft sagt, dann stolpert man irgendwann über das G. Ist das tatsächlich so oder ist das irgendwo bei mir eine individuelle Sprachbarriere? Also, ich versuche es noch einmal. Du kannst den Digital Circle, aber auch ebenfalls im Team ausfüllen und wenn du keine Lust hast, wie schon erwähnt, wenn du keine Lust hast, den Kreis zu malen, habe ich dir in den Shownotes eine fertige PDF-Datei angehängt, die du nutzen kannst. Du kannst es ausdrucken und dann hast du deinen digitalen Kreis mit den verschiedenen Einflussfaktoren. So, nun viel Spaß bei deiner Aufgabe. Mich würde wirklich, wirklich, wirklich interessieren, wie du sie fandest und welche Erkenntnisse du für dich, danach für dich mitgenommen hast. Wer von euch noch mehr zum Thema Digitalisierung erfahren möchte, aber keine Lust hat zu warten, dem kann ich die Folge mit Jochen Oehler ans Herz legen. Wir sprechen darüber, wie man Digitalisierung messbar machen kann und außerdem sprechen wir noch über einen cleveren Einkauf. Den Link zur Folge, den findest du in den Shownotes. So, lieber Markus, du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Was ist dein letztes Wort oder dein letztes Zitat? Ja, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen oder mit mir zu sprechen und mein letztes Wort bzw. mein Zitat und damit möchte ich meinen lieben Gast aus der letzten Woche, Salia Kahawate, zitieren. Die einzige Behinderung, die man im Leben haben kann, ist eine negative Haltung. Also, meine Lieben, Kopf hoch, Brust raus und lächeln. Macht Idiot!